So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu der Fall Klein-Borstelheim von Hidden Games. Hidden ist ein Escape-Raum-Betreiber. Die haben Escape-Räume in Hannover, glaube ich, in Hamburg. Ich glaube noch in ein bis zwei weiteren Standorten. Da lege ich meine Hand jetzt nicht für ins Feuer. Da habe ich leider noch keinen von besucht. Werde ich aber auf jeden Fall auch noch machen. Eigentlich hatten wir für den Herbst auch eine Escape-Raum-Tour geplant. Mal gucken, ob die jetzt noch so stattfinden kann. Eigentlich nach Berlin. Aber wir gucken mal. Und deswegen hier auch so ein Umschlag. Und wenn ich das jetzt auspacke, keine Sorge, keine großen Spoiler. Ich werde euch nicht zeigen, dass euch irgendwas groß verraten wird. Also ihr seht nichts, was ihr nicht auch sehen würdet, wenn ihr nicht das Spiel bekommt und auspackt. Aber man hat halt auch wieder super viele verschiedene Materialien hier drin. Hier ist irgendwie so ein Foto. Hier ist dann so ein zerrissener Brief. Hier hat man dann so eine Unterlage, wo man sich irgendwie Dinge aufschreiben kann. Das zeige ich euch natürlich nicht. Dann haben wir hier einen Entlassungsbericht aus irgendeiner Klinik. Hier haben wir vom Bauamt irgendeine Genehmigung. Hier haben wir so einen Kalender, wo wir Sachen eintragen können, was tatsächlich wirklich sehr hilfreich ist. Und was man auf jeden Fall auch tun sollte. Dann haben wir hier noch so eine Liste für die Prüfung aller Löschunterlagen. Hier irgendwie so ein Flyer. Hier haben wir dann so einen Zeitungsbericht drin. Und er ahnte schon, das ist natürlich auch wieder ein Krimi-Verein natürlich. Es ist irgendwas passiert. Irgendjemand ist gestorben. Und hier haben wir auch irgendwelche Unterlagen von irgendwelchen E-Mail-Accounts oder so oder Polizeiberichte. Sprich, wir wurden auch wieder beauftragt, rauszufinden, was wirklich passiert ist. Hier so eine Fahrtstrecken, dass man sieht, wie lange braucht man von A nach B. Hier haben wir was draufgeschrieben. Auf diese SMS-Verläufe zeige ich euch nicht. Hier sieht man dann irgendwelche Fingerabdrücke drauf, die man dann vielleicht irgendwann auch nochmal brauchen vergleichen kann. Hier ist dann der Brief, wo sich jemand mit Not an uns wendet. Und hier haben wir dann auch noch so eine Liste mit Telefonnummern, die wir irgendwie abgleichen müssen. Und hier stehen auch komische Sachen drauf. Ihr seht ja wieder super viele Unterlagen. Und genauso, wie ich das jetzt gerade mache, machen wir das dann natürlich auch im Spiel. Wir legen das erstmal alles auf den Tisch. Hier haben wir irgendwie Lebensversicherung und irgendwie hier noch so ein Foto. Hier auch dann so ein Ultraschallbild und hier so ein Überwachungsfoto. Und das ist im Prinzip noch schon alles, was man so hat in diesem Spiel. Und dann geht es eben auch wieder los. Ja, es liegt ja alles auf dem Tisch und wir müssen jetzt halt ermitteln, wirklich wie so quasi richtige Polizisten. Auch wenn das natürlich mit richtiger Polizeibeite wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben wird. Aber es fühlt sich halt so an. Wir haben den ganzen Tisch hier voller Unterlagen und fangen auch wieder an zu lesen. Okay, Polizeibericht, was sagt er? Okay, irgendwer schreibt dann halt auf, was man so an Personen hat, was sie so für ein Motiv haben, was sie für ein Alibi haben. Und dann fängt man erstmal zusammen. Okay, hier habe ich die und die Person, ist so und so alt. Okay, hier lese ich mal durch. Und dann, okay, hier haben wir das, kann ich noch gar nichts mit anfangen. Da ist irgendwo ein Hund entlaufen. Das Beispiel ist jetzt auch noch fiktiv ausgedacht. Merken wir uns mal, dass es ist. Und dann liest halt jeder so ein bisschen was. Wichtig ist immer, im Laufe des Spiels sollten alle Spieler alles in der Hand gehabt haben, alles mal gelesen haben. Selbst Dinge, die vorgelesen werden. Zumindest geht mir das auch immer so. Wenn ich Dinge vorlese, nehme ich die natürlich schon wahr. Aber wenn ich es nochmal selber gelesen habe, habe ich es ein bisschen mehr verinnerlicht. Und da muss man halt rausfinden, okay, wer war es jetzt? Es gibt dann, wie so oft in solchen Spielen, mehrere Verdächtige. Viele davon haben dann auch irgendwie ein Motiv. Manche ein bisschen schwächer, manche ein bisschen stärker. Und dann muss man halt, es wird einem auch nie gesagt. Das heißt, wenn ihr irgendwie alles kombiniert habt, sagt euch das Spiel nie, die Person war es. Der war es, die war es, die beiden war es. Das wisst ihr einfach nicht. Ihr könnt nur halt versuchen, gute Schlussfolgerungen zu ziehen. Dann hier auch auf dem Blatt hier, wo man, oder dem Poster, wo man sich die ganzen Informationen zu den Leuten eintragen kann. Das ist wie so ein Whiteboard, was man sich zumindest für Detective auch machen kann. Also das ist hier gleich dabei. Finde ich auch sehr, sehr gut tatsächlich. Und man hat auch hier so ein Multimedia-Element drin, wo man dann auch sich auf so eine Homepage einloggen muss. Und auch im Internet so ein, zwei, drei Sachen machen muss. Und es ist natürlich ähnlich zur Adventures-Reihe, der nicht der Falker in Bosnheim, sondern Stillsee und das Feuer in Adlerstein Antarktis verteilt. Es ist eigentlich genau das gleiche Spielprinzip. Also wenn ihr die drei gespielt habt und die total geil fandet, dann könnt ihr euch das Ding hier auch noch holen. Das macht einfach genau da weiter. Nur dass die multimediale Umsetzung noch ein Level höher ist. Also dass da so eine Audioqualität geboten wurde, das finde ich einfach, war einfach noch besser gelöst als in den anderen drei Fällen. Aber vom Spielerlebnis her war es genau das gleiche. Und das Problem bei der Adventure-Serie ist halt, es gibt nur drei, dreieinhalb Fälle. Jetzt haben wir halt noch einen vierten dieser Art. Zwar von einem anderen Anbieter, aber mit genau der gleichen Qualität. Wir haben uns auch hier zu zweit tatsächlich durchgekämpft. Hatten zwar noch den Chat dabei, aber haben das eigentlich weitestgehend irgendwie alleine gemacht. Und haben auch echt erstmal im Trüben gefischt natürlich, weil das finde ich immer so cool bei diesen Spielen. Man hat diese ganzen Unterlagen. Am Anfang weiß ich, okay, ich habe gar keinen Plan, wer hier was ist, wer irgendwas hat. Diese ganzen Sachen sagen mir nichts. Aber in einer, anderthalb Stunden wird sich dieser Nebel lichten. Und das macht alles Sinn. Diese ganzen Fäden verbinden sich. Und das ist halt, mir machen solche Spiele super viel Spaß. Also ich liebe ja die Exit-Spiele. Ich liebe solche Spiele wie Detective, auch irgendwie Sherlock und Sherlock Holmes Kriminalkabinett und so. Also ich mag einfach ja, das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, diese ganzen Krimi, Ermitteldeduktionen. Ja, eigentlich eher wirklich Ermittlungsspiele. Aber diese Art von Spiele gefällt mir persönlich am besten. Also da könnte ich gefühlt alle zwei Monate oder jeden Monat einen neuen Fall spielen. Da habe ich einfach immer Bock drauf. Natürlich müssen auch immer, ne, fresh Ideen kommen. Deswegen reicht es mir auch eigentlich, wenn von jedem, ich meine, man hat ja eh genug zu spielen. Wenn die jetzt es wirklich auch schaffen, regelmäßig so einmal im Jahr einen neuen Fall rauszubringen, wäre das schon super, super cool. Und tatsächlich soll auch im Sommer Großborsteheim rauskommen. Und ja, mal gucken, ob sich das durch Corona jetzt nicht noch ein bisschen verschieben wird. Aber sobald das da ist, werde ich es hoffentlich auch ausführen und spielen können und euch dann auch wieder davon berichten. Aber auch hier gilt eben genau wie bei den drei anderen Fällen diese Art, eine absolute Empfehlung von mir. Wenn ihr diese Spiele auch genauso liebt wie ich, dann kann, ich habe hier, also wirklich, wenn ich irgendwas zu meckern hätte, ähm, ja, müsst ihr euch eigentlich den, also wenn ihr den Livestream nochmal angucken. Vielleicht gab es irgendwie zwischendurch mal Sachen, die wir irgendwie doof fanden. Aber ist jetzt auch schon wieder gefühlt drei Wochen her, dass wir das gespielt haben. Aber es war einfach genau das gleiche Erlebnis. Genauso gut, genauso spaßig. Kann natürlich sein, dass sich das irgendwann abnutzt. Aber, äh, ich habe dann auch eine Freundin, die ich lange Zeit nicht gesehen habe, getroffen. Äh, und die meinte auch, hey, sowas hätte sie irgendwie letzte Zeit auch gespielt. Und haben wir kurz drüber geredet. Ich wusste nämlich nicht genau welches. Und nachdem sie dann so einigermaßen ein bisschen was erzählt hat, äh, ist mir auch klar geworden, es war nicht Adlerstein, es war auch das Spiel hier. Und sie meinte, es hat auch super viel Spaß gemacht. Das Problem war nur, dass es da in der Sechserrunde gespielt wurde, wo, glaube ich, noch niemand sowas vorher gespielt hat. Und dann haben die, glaube ich, sich so ein bisschen irgendwie die Materialien aufgeteilt. Und jeder hat so ein bisschen was gehabt. Und jeder hat so ein bisschen drüber geredet. Aber es hat auch da nicht jeder alles gesehen. Und, ähm, das hat dann dazu geführt, dass man dann auch irgendwann gesagt hat, okay, wir kommen irgendwie nicht mehr weiter. Äh, lassen wir irgendwie eine Hilfe holen oder eine Lösung eingeben. Und, äh, das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn es einfach, also wenn sich alle alles angeguckt hätten. Und tatsächlich sind so sechs unerfahrene Spieler dafür vielleicht auch ein bisschen viel tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, wie eine Spielerzahl draufsteht. Spieldauer 1,2 bis 5 Stunden ab 14 Jahren. Eine Spielerzahl steht tatsächlich nicht drauf. Also alleine kann man spielen, würde ich nicht machen. Zu zweit haben wir es gespielt, das ging sehr, sehr gut. Zu dritt wären wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser gewesen. Vier kann schon ein bisschen viel sein. Ich habe sowas aber auch schon mal zu viert gespielt. Und das war, das war das Erste, was wir in der Art gespielt haben. Und es war einfach mega. Und, äh, 5 und 6, da kann ich mir nicht vorstellen. Weil da kann es auch öfter mal sein, dass wirklich dann so irgendwie zwei, drei Leute wirklich die Alphatiere werden und so irgendwie alles kombinieren. Und die anderen Leute sitzen nur da und haben vielleicht nur einen ganz kleinen Beitrag. Aber meistens hat jeder irgendeinen Beitrag. Also irgendwas kommt immer, irgendwann noch ein Neuinput irgendwo ein. Guck mal hier, hast du da schon das und das Detail gesehen auf dem Foto. Also, und ich würde halt dieses Spiel generell für eine Zwei- bis Vierergruppe empfehlen. Das ist so dreist, vielleicht der Sweet Spot dafür. Und ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht erzählen. Von daher ist es wahrscheinlich auch für die meisten Leute einfach nur der Hinweis, dass es das gibt. Es kennen schon richtig viele, aber ich glaube noch längst nicht alle. Also als ich auch damals über Adlerstein berichtet habe, da haben das auch, dann habe ich an meinen Amazon Partner Links gesehen, da haben das auch wirklich richtig viele Leute über den Partner Link bestellt. Und war dementsprechend damals für viele neu. Das ist jetzt ja schon so ein System, das es jetzt eben schon drei Jahre gibt. Aber vielleicht kennt auch noch nicht jeder, der solche Spiele mag Hidden Games. Und wie gesagt, ihr kennt mich, wenn ich irgendwas auszusetzen hätte, wenn ich sagen würde, ist doof, wie das ja bei gewissen anderen Spielen der Fall ist, würde ich auch sagen, hier ist nicht so geil. Es kann natürlich sein, dass ihr Berichte im Internet von Leuten lest, die sagen, ist nicht so toll. Ist halt das Problem bei diesen Event-Spielen, bei diesen Happening-Spielen, bei diesen Spielen mit einer Story, mit einer Lösung. Wenn ich die dann einmal raus habe, habe ich sie raus, brauche ich es nicht wieder spielen. Sprich, spiele ich so ein Spiel in einer Gruppe, wo es irgendwie floppt und nicht so gut ankommt, weil vielleicht auch zwei, drei Leute dabei sind, die es doof finden oder alle das irgendwie nicht hinbekommen. Oder das wäre doch gar nicht so die Art von, naja, wenn es nicht die Art von Spiel ist, ist es nicht die Art von Spiel. Aber es kann halt ja bei vielen Spielen so sein, dass die in manchen Gruppen funktionieren, in anderen wiederum nicht. Und wenn ihr so ein Spiel mit einer Gruppe spielt, wo es nicht funktioniert und ihr vielleicht dann sagt, das ist irgendwie doof, aber ihr würdet vielleicht den nächsten Fall, den es dann gibt, in einer anderen Gruppe spielen, wo es vielleicht viel besser funktionieren würde, dann wäre das Bild natürlich schon wieder ein ganz anderes. Aber kann man, also ich kenne auch genug Leute, die solche Spiele mögen, die halt irgendwie eine Freundin, Freundin, Mann, Frau, was auch immer haben, die dann sagen, so, ah, mein Partner mag das leider so überhaupt nicht. Das ist natürlich immer sehr schade dann. Aber, ja, wer meinen Kanal verfolgt, weiß, mir macht sowas Spaß. Ich liebe solche Krimi-Spiele, auch wenn man die halt nur einmal spielen kann. Aber es ist immer ein geiles Erlebnis, es ist das Geld immer wert. Auch wenn man die nur einmal spielen kann, das ist halt was, wo manche sagen, äh, finde ich irgendwie doof. Aber, mein Gott, ich meine, wenn man das mit drei, vier Leuten spielt, dann teilt man das irgendwie durch drei, vier. Wenn man dann irgendwie in die Kneipe geht oder ins Kino oder irgendwas anderes macht, dann hat man mehr Geld ausgegeben und hoffentlich genauso viel Spaß. Aber kann man meiner Meinung nach schon absolut machen, wenn man diese Art von Spielen gut findet. Für mich wieder ein mega Erlebnis, habt ihr, glaube ich, mitbekommen. Daher sage ich jetzt auch vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es war interessant und hilfreich für euch. Wenn es hilfreich für euch war, dann könnt ihr auch gerne mir behilflich sein und einfach den Video einen Daumen nach oben geben. Das ist immer eine coole Sache. Und auch natürlich gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr es auch schon gespielt habt. Wie war es? Oder auch wenn ihr sagt, oh, das kenne ich noch gar nicht. Finde ich ganz spannend. Also, ne, lasst gerne da mal irgendwie ein, zwei Kommentare da. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.